Guten Morgen, bonjour, 7.20 Uhr. Je prépare les maïs pour aujourd'hui. Frisches Mais vom Bio-Närbauer und Bio-Bauer. Stefan Brunner von Brunner Eichhoff in Spins. Also ganz frisch und regional, Bio, alles was ein Herz des Kochs wünscht und bewegt. Genau. So. 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 Ich arbeite immer direkt mit Biologie-Biologie, weil es praktisch ist und der Kompost ist sofort versorgt. Ich habe ein Korn. Ich habe ein Korn. Was ich heute sonst noch alles zubereite, sind Petroni, dann gibt es Involtini mit Shiso. Shiso habe ich hier bereit, ganz viel. Zibela mit Shiitake, Okra und alles Gemüse von Stefan Brunner. Das Boulet kommt aus der Schweiz. Da habe ich leider noch keinen Lieferant gefunden. Aber ich bin sicher, es wird früher oder später auch kommen. Und da habe ich leider noch meinen Lieferant. Das war's für heute. Für mich ist es wichtig zu arbeiten mit den Produkten. Es ist klar, dass ich bereits mit dem Maüs bereits bereits Prä-Cuit habe. Aber ich habe mir gesagt, dass diese Woche nicht. Denn im Japon gibt es bereits nicht mehr Prä-Cuit. Und dann habe ich einen Superstimer. Und dann habe ich den Püren. Und dann habe ich den Püren. Und dann griller. Für den Bremsen. Und mit einem kleinen Maus. Das geht sehr gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.